Heute wird dieser Weezerf aus den ATP geworfen Um hier zu gewinnen, müsste ich nicht mal meine Runde recorden Ich frage mich, wie kann man nur einselbig Zweck reiben? Das ging keinesfalls gut, das ging dann billiger Scheiße Dein scheiß Video-Effekt in der Quali ist doch negativ Ist ganz genau wie dein Rap-Niveau negativ Dann bin ich wie die NPD, ich schaff Weezerf ab Fakt ist, dass ich dich mit einer Capella kicken kann Ey du Lappen, lernt doch erstmal die deutsche Aussprache Denn in einem deutschen Battle-Tourier musst du das draufhaben Du scheiß Lappen, wirst von mir mit dem 16er besiegt Denn du bist wie meine alte Cam Willick Du scheiß Möchtegern-Rapper, bist dermaßen monoton Ich will dir nur helfen, kauf dir mal ein Metronom Du hast keine Technik, keine Punches, keine Flow Deine Lines sind sogar noch dümmer als Wax